Jo Leute, was geht ab? Ich bin's wieder von Partystar Online. Heute will ich euch mal etwas ein bisschen von meiner Lebenssituation hier beizeigen. Und zwar habe ich mir gedacht, ich mache einfach mal ein Outdoor Video, wie es so abgeht bei mir hier in der Umgebung. Ich wohne schon seit fast vier Jahren hier in München Freihamm, was übrigens auch ziemlich eine große, ja ich sag mal so, eine riesen Baustelle jetzt sich mittlerweile fabriziert hat. Hinter mir ist ein großer Klotz der graue Stein, aber wenn ihr jetzt mal dahinter schaut, so einen kleinen Schwenk hier hinter, dann seht ihr eigentlich mehr oder weniger, Freihamm wächst Stück für Stück. Wir haben hier zum einen die Häusergruppe von der GWG, sowie die GEWOFAK und so weiter. Alles weitere werdet ihr auf der Website dann finden. Wir haben hier zum anderen die Schule, ja auch uns denken wir gerne darüber. Ja, also Freihamm wächst Stück für Stück und ich finde es einfach mal richtig, richtig schön, dass ich dabei sein darf und ja das ganze hier miterleben kann, wie München klein, von klein auf wächst. Ja, das Freihamm wird eine Stadt, in der Stadt mehr oder weniger, haben sie alle gesagt. Ihr kennt die Teile zwischen Neuaubing und Pasig mehr oder weniger. Neuaubing ist so, ist mehr oder weniger auf Altaubing umgetauft worden, danach mit Altaubing und Neuaubing und so weiter. Und dann kam mittendrin noch Gärmering und was kam da mit? Gar nichts. Also da haben sie sich dann überlegt, irgendwann wir bauen da mal einen Bahnhof hin und dann schießen wir mal Freihamm rein. Ja, Freihamm hat ja mal nicht gereicht, dann lassen wir noch hier die ganzen Kundschaften aus, machen hier mal Glattwiese und so weiter und bauen uns mal Häuser. Und ich muss sagen, die Idee ist echt gut gelungen. Wir haben da hinten zum einen unseren ersten Bahnhof Freihamm, dann haben wir unser bald errichtetes Kaufhaus, was da hinten auch schon ist, unseren eigenen Schulcampus. Jawoll, Schulcampus ist auch was ganz Großes. Dort sind insgesamt drei Schulen vertreten. Gymnasium, Grundschule und Förderschule sowie auch vier eigentlich mehr oder weniger, weil sowie auch eine Realschule ist da mit drin. Ja, und dieser Campusplatz wird auch besetzt von vielen, vielen Studentinnen und Studenten quasi zum Lernen und so weiter und so fort. Also mehr ist das auch über die Freihammer Website mehr heraus zu bekommen. Gut, ich würde mal sagen, Leute, zu viel rumgeredet. Zu mir. Also, mein Name ist Leonardo Mike Schkop. Ich habe meinen Partystar-Kanal gegründet. Warum? Ich will euch ein bisschen Wissen vermitteln. Ich will euch coolere Videos vermitteln. Ich möchte einer dabei sein, einer in der Welt sein, der halt auch mitwirkt. Ja, ich möchte auch auf den YouTube-Plattformen quasi groß werden. Meine Abonnenten zurzeit sind bei 87 Abonnenten beschränkt. Das heißt, ich habe insgesamt 87 Abonnenten bis dato erzielt. War zwar eine längere Pause drin von bis zu zwei Jahren, muss ich ehrlich zugeben, weil ich in dem Falle noch nicht wusste, wie und was ich demonstrieren werde, die sich jetzt aber auch schon derzeit gelohnt hat, weil wir haben bessere Formate gefunden, bessere Interviewer gefunden. Wir haben auch umso bessere Juries gefunden, die ebenso unsere Videos im Hintergrund, ebenso auch die Kameraleute, die im Hintergrund jetzt schon für euch gerade mit mir filmen. Und daraus geht ein riesen Lob daran. Danke an euch Leute. Ihr macht nämlich einen großartigen Job und ohne euch hätte ich das Ganze wirklich nicht bewirklichen können. Auf jeden Fall würde ich dann noch sagen, gibt es zwei Punkte in meiner Sache, wo ich noch sage, das ist definitiv wichtig und das braucht man auch, um dann in YouTube eine Karriere vorzusetzen. Und zwar die Lebensfroheit. Lebensfroheit, Lust, Energie. Ich spreche dazu aus Erfahrung, weil ich wirklich sage, zusammen sind wir stark. Das ist wirklich mein Lebensmotto, weil wenn jeder auf einem Punkt anpackt, dann schafft jeder wirklich einiges. Und ich muss ehrlich sagen, genauso ist es hier mit der Freihammer Baustelle, wenn man wirklich, also ein einziger Mensch alleine kann was Großes machen. Man braucht aber viele Leute, um das Ganze umzusetzen, den Plan umzusetzen. Und genau so habe ich das in den letzten zwei Jahren gefühlt und mitbekommen. Und ich muss ehrlich sagen, ein ganz herzliches Dankeschön an meine Leute da draußen, die mir gerade mithelfen, die gerade auch zuschauen an meine Zuschauer da draußen. Es gehen viele, viele Daumen hoch für euch und auch viele, viele Grüße gehen raus, weil ich sage ganz ehrlich, ohne euch wäre ich nicht so weit gekommen, wie ich jetzt bin. Das Ganze, was ihr mit mir macht, hat mich sehr geprägt im Leben und dafür bin ich sehr dankbar. Genau. Und jetzt würde ich sagen, stelle ich mal zwei Hauptjuroren da, die eigentlich mehr oder weniger mit in den Videos mitwirken. Und zwar... Hallo ihr Leute! Die ist ja auch noch da! Wir sind die Begleitung für den Junior dabei und wir hoffen, dass er mir Daumen hoch kriegt. Diese Wirkung muss sein. Leute, dieser Junge hat es verdient, von euch zu leicht zu werden. Macht weiter so! Das wird schon! Macht weiter mit Klicks! Klicks! Das ist gut für YouTube und ich brauche die Klicks, weil ich habe ja erwähnt! Bei 100 Abonnenten, liebe Leute, gibt es eine Verlosung! 100 Abonnenten! Hey! Wer bist denn du, Herr Hortner? Hey! Wer bist du hier? Hallo! Hey! Hallo! Gerade die hier drin! Lass dich einmal haben! Oh Mann, ich bin da! Hallo, grüß euch! Hi! Das sind meine zwei besten Eltern, denen ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich sie habe und ja, die machen mit mir ein gutes Video und ich freue mich immer wieder. Ja, kräftige Unterstützung! Ich bin jetzt gerade vorbeigekommen, denk mal, was ist hier los? Du griechst hier in dir in den Film, oder was? Nee! Ich war an der Herzen Willkommensetzung! Daumen hoch! Rissi macht einen tollen Job! Klasse! Sehr schön! Wunderbar! Nee, okay, cool! Also, zu meinen weiteren Videokanälen. Also, ich betreibe das YouTube-Kanal schon seit insgesamt fünf Jahren, jetzt schon ist es bald soweit. Jawohl, fünf Jahre ist es jetzt soweit, dass ich jetzt die Videos schon mache. Seit ungefähr zwei Jahren, also seit ungefähr einem Jahr, habe ich leider aufhören müssen wegen meiner Ausbildung, weil ich noch nicht so da hatte, wusste, was ich so genau machen will. Und die Informationsboxe leider nicht geströmt haben mit Infos, wie man es eigentlich gedacht hat. Aber mittlerweile seid ihr wieder on Tour, seid ihr auch am Start mit dem Schreiben und ich finde das ganz cool. Eine Sache muss ich noch davor sagen, bitte an alle da draußen, die meine Abonnenten sind, folgt mir nicht nur, sondern schreibt auch mir. Ihr braucht euch nicht zu schämen dafür, ihr braucht auch nicht Angst zu haben. Ich tue euch nichts. Ich will nur coole Videos reindrehen. Ich möchte auch etwas beileisten für YouTube, wo man auch sagen kann, ey wow cool, der ist gut zu sehen, der macht sich gut. Der hat es verdient. Der hat es auch verdient. Ich habe mich jahrelang abgekämpft und ich muss ehrlich sagen, ich finde es wahnsinnig toll und wahnsinnig aufregend, für diese Plattform Videos zu drehen. Weil allein schon diese Videos, die man sieht alltäglich, machen so viel geilen Spaß, dass man eigentlich sagt, man kommt mit der Energie schon gar nicht klar. Punkt 1, man fängt eigentlich, also so ist mein Leben, ich fange eigentlich täglich an Videos von YouTube zu schauen mit anderen Abonnenten oder anderen Abonnentinnen. Ein gutes Beispiel ist Bibis Beauty Palace, sowie Julienko, also das sind meine riesen Favoriten und ich liebe ihre Videos und ich muss sagen, cool, weiter so. Sowie auch die Prank Bros, das sind einfach zwei Brüder, die leben einfach ihren Traum und ich muss ehrlich sagen, genau so möchte ich auch reagieren. Ich möchte meinen Traum leben, ich möchte mich verwirklichen in YouTube und möchte einfach ich sein. Einfach genau das zeigen, wo ich richtig gut bin. Ja, teilt mit mir die Freude und ihr werdet sehen, die Videos strömen en masse und ja, es steckt mit jedem Video, steckt ein Herzblut drin, Energie, alles drum und dran, was man sich nur nicht wünschen würde. Genau, zu mir nochmal selber, Videos gibt es alle Wochen, jedes Mal, jede Woche ein neues Video. Ich würde sagen, jeden Sonntag ab heute, jeden Sonntag gibt es ein neues Videoformat, hier bei mir auf Partystar in dem Kanal. Und ja, wenn ihr das tut, dann lasst ein Abo da, definitiv. Ich würde sagen, das hat auf jeden Fall ein Abo verdient. Lasst mir ein Abo da, lasst mir ein Like da und kommentiert definitiv. Und dann würde ich sagen, habt ihr nichts falsch gemacht in eurem Leben. Dann seid ihr genau richtig, nämlich bei der Partystar Gang. Weil, wenn es wieder heißt Partystar Online und ich würde sagen, damit beende ich mein Video und gehe dann natürlich frei und offen hinaus und sage Peace out, vielen herzlichen Dank und weiter so. Dankeschön. Im kurzen Schwenk noch euren Rad frei ab. Herzlichen Dank. Uwe. In den Kasten. Heute haben wir auch dann schon ab. Pixie,oki, Pixie. Zeit, proxim. пл 왜 niti," haben wirfeitere Z Northern支 Shelby, bei der eins im Fer 창führung masks, Außerdem wollen wir alle leaders. Vielen Dank.